hallo leute willkommen auf fort und skippe mit der die für luise wieder am start mal wieder es ist mal wieder zeit wir haben die ehre dass die für luise zeit für uns findet für euch für mich und mit uns zockt ein bisschen war so ne jaja zur richtigen zeit habe ich immer zeit die frage ist jetzt aufgekommen welche map wollen wir eigentlich spielen jetzt ist natürlich die frage was wollt ihr in der maps sehen rebirth oder fortunes keep oder gemischt schreibt es doch mal in diese schöne kommentarspalte spalte ist ein schönes wort da wissen luise und ich dann hast du jetzt schon mal mehr als ich generell in der runde ich bin jetzt aber auch ein bisschen abseits gelandet und habe mir meine ansprache gehalten mit dir eigentlich gar nicht nur wenn es sein muss also nur wenn wir zocken so als habe ich das geplänkele auch nicht übersprungen weil ich hier so schön gelabert hat ja konnten die leute schöne wie ich durch die gegend rutsche lasst mich doch hin durchs fenster man begrüßen wir alle d4 luise jetzt ein mikrofon hier ein bisschen einstellen habe ja wieder die pros dabei ohne geht nicht die müssen uns zum siege führen vielleicht hat aber jemand bock mir das hier zu erklären wie diese diese ränge hier kann man letztlich sehen naja was das für bedeutung sind wo springen wir nach nach vorne dank ok naja hier sind aber auch schon direkt einige alter geht es hier hin ja da irgendwo schon in snipe ein irgendwo habe ich keine platte noch ja das wäre mal interessant wenn da jemand bock hat ach du bist das junge oder auch uns das mal klären können das wäre natürlich mal nice oh ja schön das gold ja du stehst mir im wege ja dann kommt wie er grabbelt ne kaum ist der level 32 hat der richtige lootfinger bekommen hier feindlichen radar störern unseres reichen lexen die doch gekommen die lootfinger oh nice 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 was war meine mp die hier glaube ich ok was haben wir denn da munition die nehmen wir mal wir haben wir eingesetzt jetzt habe ich irgendeine special money drohne kiste noch was haben wir hier schnellfeuer sturmgewehr nehme ich mal mit folgendes ja mega nice wer rastet denn hier so aus ok ich habe jetzt gute waffen und alles ich würde jetzt ungern sterben muss eine drohne eingesammelt ich lass sie mal raus ok die nächsten sind hier hinten irgendwo das ist ein heli ja nice ja ich habe mal drauf gehalten die zone kommt ne oh gott bruder zone kick ne wie der lukas jetzt sagen würde lukas wenn du das siehst schöne grüße alles oder oder unter uns hier unten irgendwo und ich habe irgendwas gemacht hier ist einer kam im abschuss mit ein bisschen glück also können auf jeden fall auch junge ich will das nicht markieren da ist der gegner man ich fühle mich hier so ein bisschen unwohl weil ich bin nicht so richtig in deckung aber auch nicht so richtig offen sieht sich irgendwie so komisch an was haben wir hier auffüllen i don't know mit den scheiß bruder da sind mehrere hier hinter uns okay hat ist wieder da. Ich hab zwei Kills. Richtig auch Pro-Gamer. Wie man sich schon freut für zwei Kills. Na ja. Oh dann. Hinter uns. Okay. Oh Gas. Oh Bruder, mach nicht diesen. Geh mal hoch zu den anderen beiden. Hinter uns. Keine Ahnung. Ich lauf weiter erstmal Richtung Zone. Ich hab einen Assist bekommen, warum auch immer. Hier hinten ist einer. Wir laufen. Oh ja, ja, ja. Aber rechts auch zwei Stück. Dreckig. Oh, was? Ne, man alle direkt tot. Schade. Da ist halt mal eine kurze Runde. Wow, wie viele Punkte hat er denn? Abschüsse 5 direkt. Ja, schnell, viele Hände, schnelles Ende, Freunde. Haut rein. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Welche Map. Und ja, haut rein. ... ...